Hallo meine Freunde der Sonne da sind wir wieder weiter geht's mit grass klassenрыhard Der titel sagt alles ich glaube ich sag diesmal einfach gar nix dazu ich denk einfach mein teil normalerweise sag ich immer Nee der titel sagt alles Komm wir machen einfach Habt ihr gedacht ... Ich bin sauber anstoßen und das Zweite kämpft. Ja! Ich kann mich nicht hören, wenn ich das letzte Mal so schön aufgestanden bin. Das wird Konsequenzen haben! Glaubt mir, das wird Konsequenzen haben! Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl hier. Und da hinten ist übrigens das WLAN-Passwort, falls ihr es braucht. Vielleicht sollten wir die letzten Stunden auch ein bisschen besser nutzen. Ich hab alles richtig gemacht! Ich bin den Weg da lang und ich hab ne Riesenvilla gefunden! Ich bin alt genug, um selbst zu wissen, was ich ernst meine. Und was ich will. Und ne Dieben und Lügnerin will ich mit Sicherheit nicht! Fuck! Was läuft hier in dieser scheiß Villa nur falsch? Ich hab so Angst! Wer war hinter dieser scheiß Tür? Und wie lange ist er schon dort? Zehn Sekunden! Und wo ist eigentlich Frau Bra? Ich hab Angst, diesen scheiß Flur noch entlang zu laufen. Frau Bra den Bra den Bra den Bra! Bitte helf mir doch! Bitte! Und was ist denn so? Versteht ihr? Weil Frau Bra, muss ich mal ganz kurz erklären, ne? Frau Bra ist nicht da, und Frau Bra hat den Bra den Bra gerochen. Deshalb ist er nicht da und... So. Alles klar, verbrechen dich. Wow, was für ein Haus. Oh mein Gott. Sind das Fische? Ja. Wo ist eigentlich der Forscher geblieben? Er wollte ja im Wald nur nach Bigfoot noch mal suchen. Okay. Du glaubst, du glaubst. Komm. Licht ist auf jeden Fall an. Ja, das ist Bigfoot. Oh mein Gott. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin die Frau Bra. Das sind meine Schüler. Hi. Tut mir leid, das wird um die Uhrzeit stören, aber unser Bus ist explodiert. Oh mein Gott. Und wir sind da ein paar Tage in einem Wald und ja, jetzt sind wir. Geht's euch allen gut? Ja. Seid ihr verletzt? Nee, also uns geht's gut. Wir haben nur ein paar Schüler verloren und deswegen, ich weiß nicht, sind vielleicht welche hier schon? Es sind Teenager im Haus, aber ich dachte, das wären Freunde von meinem Sohn. Er bringt sehr oft Freunde her, auch wenn er nicht da ist. Die machen dann ihr Urlaub. Oh nein, ich hatte gerade ein bisschen Hoffnung, aber das heißt, oh nein, das heißt, die anderen sind noch im Wald. Ja, Frau Ba, ich glaub, dass Danny und der Rest hier ist. Die haben nur was gesagt. Ach, das kann natürlich auch sein, ja. Möchten Sie vielleicht reinkommen? Wollt ihr alle reinkommen? Ja. Wir wollen nicht stören, aber das ist auf jeden Fall. Nein, ich freue mich so über Besuch, wirklich. Okay. Kommen Sie gerne rein. Sie ist voll nett, die Ausbesitzerin. Vielen Dank. Ja, und der hat natürlich jetzt, Problem ist, er hat natürlich jetzt seinen Light Wolf Titel verloren. Der ist jetzt halt, TJ ist wieder ein normaler Schüler. Ist natürlich scheiße für ihn. Wie wird man Herrscher von England? Und sichert sich einen Platz in Valhalla? Ganz einfach. Durch Taten. Mhm. Sie halten uns für barbar. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Erhältlich am 10. November. Spiele auf der brandneuen Xbox. Die Wikinger. Die wussten damals, wie man ein bisschen Stimmung gemacht, ne, in England. , oder so weit ist man. Wie lange dauert man planschaftlich? Ja. Jetzt kommt man auf dem Rad. Und jetzt kommt man sicher aus dem Plan den Plan. Ja. Ich bin jetzt ja noch mal ein ganzes Leitgegen. Wer ist denn der, der Fahrer? Vielen lieben Dank wirklich, dass Sie uns aufgenommen haben. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer über Besuch. Kann ich Ihnen vielleicht was zu trinken anbieten? Sie sind bestimmt halb am Verdursten, oder? Das stimmt. Die letzten Tage haben wir so wenig getrunken. Das wäre echt sehr, sehr passend. Das glaube ich. Bitteschön. Oh, das ging ja schnell. Ja, natürlich. Da ist was im Glas drin. Aber nein, meine Gäste bekommen nur das Beste von mir. Danke. Und wissen Sie, Sie brauchen ja bestimmt Hilfe. Und ich habe eine sehr, sehr gute Freundin bei der Polizei. Wenn Sie möchten, dann wähle ich die Nummer und Sie können sie direkt anrufen. Und Sie bekommen direkt Hilfe, wirklich. Das heißt, wenn ich einfach Ihren Namen sage, dann werden Sie uns helfen und direkt nach Hause bringen? Genau, Sie sagen einfach Madame Laurent, dass Sie bei mir sind. Und Sie werden direkt Hilfe schicken und alles in die Wege leiten. Das klingt schon wie ein Traum. Ich wähle schnell die Nummer und dann können Sie direkt anrufen. Boah, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Hausbesitzerin nicht ganz reden im Kopf ist. Gut, bin ich auch nicht, aber ich lasse es nicht so raushängen. Die irgendwie so, erst mal das Glas Wasser. Wie, woher hat die das Glas Wasser? Also ich habe auch nicht hier für vielleicht Besuch, habe ich ja auch nicht hier schon ein Glas Wasser rumstehen. Das ist ja schon alles nicht ganz, ganz suspekt hier. Bitteschön. Gefällt mir nicht. Ich sage einfach Ihren Namen und Sie... Genau, einfach meinen Namen. Okay. Und wenn Sie irgendwas brauchen, ich bin gleich nebenan, rufen Sie einfach, okay? Okay. Okay, ich bin jetzt noch ein bisschen gestrückt, aber perfekt. Danke. Gerne. Das ging ja schnell. Okay, ich bin Frau Bra. Hilf Sie uns. Polizei? Hallo, hallo, hier ist die Frau Bra. Ich bin mit meiner Klasse bei der Madame Laurent und sie meinte, dass sie uns helfen könnte. Ja, die Madame Laurent ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Was ist denn passiert? Ja und zwar... Die Hausbesitzerin ist doch schizophren. Raus mit der hier. Die hat doch nicht mehr alle Latten hier im Town. Die war nicht im Urlaub, die war hier in der Klapsmühle. Die war doch hier. Ne? Unser Bus ist explodiert und wir wollen einfach nur alle nur noch nach Hause. Wir hatten so eine ansteckende Woche. Und ja, Sie können uns da bestimmt helfen, oder? Oh mein Gott, was ist denn passiert? Also ist jemand verletzt? Geht's Ihnen allen gut? Uns geht's allen gut, ja. Jetzt schon. Okay, okay. Geht es uns allen gut, ja. Ja, ich schick Ihnen sehr, sehr gerne Hilfe vorbei, weil die Madame Laurent ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Okay, super. Wie lange brauchen Sie denn? Das Haus von der Madame Laurent ist sehr weit abgelegen. Von daher wird's wahrscheinlich schon so zwei, drei Stunden dauern. Aber... Okay, okay. Super. Okay, super. Danke, dann teile ich das meiner Klasse auf jeden Fall mit und danke, danke, danke. Sehr, sehr gerne. Tschüss. Bis später. Tschüss. Okay, Sie kommen, Sie kommen. Okay. Okay, okay, okay. Hallo, hallo, Polizei. Hallo, hier spricht die Madame Laurent. Ich brauche unbedingt Hilfe. Unbedingt. Bei mir ist eine Schulklasse eingebrochen. Die sind total verrückt. Die verwüsten meine ganze Villa. Ja. Ich weiß es nicht, aber bitte schicken Sie dringend jemanden vorbei. Ich habe solche Angst. Die sind durchgeknallt. Also... Ich habe eher das Gefühl, die hat zu viel Split geguckt. Ich fand den Film so geil, da hatte ich gedacht, jo, das mache ich jetzt mal nach. Aber... Aber... Jetzt mal... Jetzt mal... Unsinn beiseite, ne? Also das... Das ist so... Die ist doch schizophren. Irgendwas muss doch bei der nicht ganz in der Rüber, nicht ganz glatt laufen. Dass die jetzt... Wieso ruft... Aber... Jetzt ist die große Frage, wieso ruft sie jetzt bei der Polizei an, dass bei ihr eingebrochen wird? Was bringt ihr das? Sie hat ja bestimmt noch was mit der Klasse vor. Denke ich mal. Ne? So... Schönes Klassentreffen mit, äh... Klasse... Essen. Versteht ihr? Klassentreffen mit Klasse... Essen. Ne? Ach... Schön. Ähm... Also... Irgendwas hat die ja vor, aber wieso ruft die dann jetzt die Polizei schon an? Ja... Beeilen Sie sich bitte, ja. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Kein Problem. Ich wollte mal dumm teuer werden, aber ich hab so eine Löwenhaarallergie. Hast du das denn rausgefunden? Beim Kaffee trinken wir einen Sieg für den... Oh, wow. Don't break my heart. Kannst du dir das T-Shirt? Wie war es für dich? Mega. Das... Das hat mir was ganz Neues gezeigt. Ich... Ich wusste nicht, dass es... Unterschiedliche... Komplett... Unterschiedliche Arten und Weisen gibt, miteinander zu schlafen. Ich... Es war das erste Mal für mich, dass ich... Liebe hatte. Oder sowas. Also ich finde, das sieht hier voll cool aus, oder? Oh mein Gott! Was? Ruhepul? Oh mein Gott. Willst du davon nach Baden gehen? Ja... Ja, safe. Schliess mal deine Augen. Oh oh, da passiert dir jetzt was gleich. Ja, ne? Nochmal. Okay. Oh oh... Wie will das Stanley jetzt erklären? Sind das neue Freunde? Hi. Wir sind keine Freunde, wenn du zu Stanley gehörst. Hey. Was soll das? Warum sagst du nicht Bescheid? Wir waren da draußen. Wir sind fast erfroren. Das ist ja wohl eure Scheißentscheidung, ob ihr bei mir mitkommt. Und einfach mal auf meine Intelligenz vertraut. Alter. Du lebst hier in einer Scheißvilla. Hey, 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 hey. Was soll das? Mappelchen? Halte Abstand. Oh oh. Ich fass doch alle mit meinem Freund und ich reiß die Birbelsäule noch. Alter, was tut mir nochmal? Alter, ich muss nochmal an. Es reicht. Yo! Das ist meine Wille, Alter. Und du sagst uns nicht Bescheid? Ihr hättet ja mit mir mitkommen können. Was soll das denn? Ihr hättet die Scheiße voll mitmachend. Was soll das denn? Hey! Was ist das für Verhalten hier? Wollt ihr mich komplett verarschen? Sind wir im Kindergarten oder was? Jetzt reicht's aber. Es kann doch nicht wahr sein. Jetzt würde ich mir wünschen... Ich muss ja... Hab ich das eigentlich schon mal gesagt? Stellt euch mal vor, eure Lehrerin kommt jeden Tag... So in die Schule. Also... Und die unterrichtet irgendwie ne zehnte, elfte oder zwölfte Klasse. Na ganz ehrlich. Da lernen nur die Schüler nimmer. Also da kriegen die doch nix mit. Ich wünsche, dass ich wieder taub bin. Ohne Witz. Die Polizei und der neuer Bus ist erst in ein paar Stunden hier. Weil wir irgendwo im Nirgendwo sind. Bis dahin könnt ihr euch doch aus dem Weg gehen, oder? Ist das möglich? Ist das möglich? Ich will ein Ja hören. Ist das möglich? Nein. Ja! Nein. Gut. Wahnsinn. Ihr macht's mich doch verrückt. Ich erwarte dich in drei Stunden hier vor dem Haus. Ohne fucking Waffen. Nur wir beide. Dann fick ich dich. Die richtige Männer. Ja. Ich werde sowas von da sein und ich werde dich zerstören. Ich hasse den arroganten Wichser. Alter. Ich hätte ihm nie helfen sollen. Dann wäre er immer noch dieses Opfer von damals. Der Typ hat nur negative Eigenschaften. Arrogant. Egoistisch. Machtbesessen. Hm. Stanley, wen beschreibst denn du jetzt hier den TJ oder so wie du damals warst? Ja. Will immer der Beste sein. Ich werde... Ich werde ihm gleich so die Fresse polieren. Das sieht sich wohl... Oh lol. Neue... Season. In Apex. Ich weiß, das interessiert euch nicht, aber es sah ganz interessant aus. Hey. Hey, was machst du denn hier? Wir sind mittlerweile alle schon angekommen. Oh. Okay. Alles gut bei dir? Richard, er ist wieder zurück ins Internat gefahren. Hä? Wie? Ich habe echt das Gefühl, dass ich einfach komplett verarscht werde vom Leben. Ich bin schon wieder in so eine scheiß Fernbeziehung gerutscht. Es ist einfach exakt genauso wie mit Alessio. Und das wollte ich doch einfach nicht mehr. Das hast du echt nicht verdient, wirklich. Tut mir voll leid. Komm, wir gehen nach oben. Schlenk dich ein bisschen ab. Wir chillen ein bisschen oben. Komm. Doch. Komm jetzt. Das tut dir gut, wirklich. Okay. Oh ja, aber der liebe Fly, ne? 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 Der hat aber schon... Muss ich euch nochmal hören. Der hat hier schon Sixpack von einer anderen Art, ne? Also, ne? Also, wenn das als Sixpack zählt, dann habe ich auch einen, wenn ich so mache. Oh, ich habe übelst abgenommen, ne? Ich habe jetzt vom Bauch her, ich habe keinen Bauch mehr. So gut wie nicht mehr. Das ist krass. Ich hatte noch vor zwei Monaten wirklich so einen Bauch ungefähr. Aber ich habe jetzt echt in letzter Zeit extrem abgenommen, weil ich jetzt... Ihr werdet es nicht glauben. Ich achte ein bisschen so jetzt wieder auf meine Ernährung. Und dann nimmt man doch ein bisschen ab, ne? Das ist schon... Das ist schon krass. So was es gibt. Nicht nur bei Roller. Also, wenn du bereit bist, bin ich das auch. Ich habe auch Kondome dabei. Wo kommt denn das jetzt? Aber... Ja. Safe. 100 Pro. Was geht ab? Ey, Mann, was soll das denn jetzt? Schon mal was zum Anklopfen gehört? Ehrlich gesagt, nein. Sag mal, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Was macht ihr eigentlich? Nichts. Nichts. Also... Wir können auch mit dir hochgehen. Was machst du? Ja, komm, hoch. Ja. Okay, komm. Haha. Vielleicht, komm hoch. Ich will doch hier drin bleiben. Es ist so schön warm hier drin. Was ist dein Problem? Nein, nein. Ich wollte halt hier drin bleiben. Können wir nicht nach... Komm doch mit hoch. Aber für was denn? Also... Ich würde gerne hier... Wie geil! Das coole Problem. Ach, ne. Ach, schön. Ach, wer kennt das Problem nicht, ne? Wer kennt das Problem als Kerl nicht, ne? Am schlimmsten ist es ja immer, wenn man unterwegs ist, mit... Mit einer... Ich sag jetzt mal mit einer... Mit einer guten Bekannten... Bekannten... Und... Und die sich dann auf den Schoß setzt, ne? Und man so sich die ganze Zeit, ne? Ihr Kerle, komm, ihr kennt... Also ich kenn's zumindest. Und sich die ganze Zeit... Ach komm, ey. Denk jetzt an... An irgendwie... Schweine, Pferde, irgendwie an irgendwas, ne? An... Oder von mir aus an... Äh... Woncturne... Äh... Oder irgendwie so ein Horrorfilm und sowas, ne? Und dann noch die Frau... Am schönsten ist, wenn die Frau dann... Oh, das aber weiche und du denkst, ey... Hör doch mal auf dich zu bewegen! Das ist immer am schönsten, wenn man als Kerl dann so sagt... Ach, es tut mir leid, ich muss jetzt auch kurz auf Toilette... Ach, ne. Ach, ne, ist schön. Ja, das sind leider immer so die Probleme von... Äh... Aber, äh... Liebe Frauenwelt, äh... Wir machen das natürlich jetzt nicht extra, oder... Ne? Soll nicht bedeuten, dass wir hier... Äh... Jede Frau irgendwie verführen wollen, oder sowas. Ist... Passiert halt manchmal. Er hat ne Latte! Ich hab keine Latte! Ich hab wirklich keine Latte! Okay, okay, ich lass euch... Ich hab... Nein, ey, ey, ich hab wirklich keine Latte! Ich hab keine Latte! Ich hab keine Latte! Jaja... Überraschung! Ich hab keine Latte! Was? Ich hab uns was vorbereitet, so... Ich hab ein paar Filme... Und vor allem dein Lieblingsfilm! Saw 2! Weil du ihn doch so gerne merkst! Boah, den kann ich auch nicht... Den kann ich auch nicht mal gucken, ey! Joi! Ich dachte, äh... Immer so hier... So wurde... Ähm... An den Tag gedreht, wo alle Frauen irgendwie ihre Periode hatten. Irgendwie so, ne? Oder, äh... Oder in der Beziehung hab ich mir auch mal gedacht, so... Ähm... Jo, man könne jetzt so... Äh... Den nächsten Sorteil drehen! Nur leid, der muss immer sein! Komm! Ihr Weiber macht euch immer lustig, wenn wir mal ne Latte haben, dann muss ich auch mal sowas raushauen! Ja? Also komm! Da... Du bist der wichtigste Mensch in meinem ganzen Leben! Und ich will dich niemals verlieren! Und vor allem will ich dich nicht verletzen! Jo, du bist meine erste große Liebe und es tut mir so leid! Ich... Ich... Ist... Du bist einfach der beste Mensch in meinem ganzen Leben! Ähm... Vielleicht diese ganze... Situation im Wald! Und dass es uns so schlecht geht! Ich... Ich hab auch Fehler gemacht! Ich bin genauso schuld! Nein, bist du nicht! Aber du bist auch ein besonderer Mensch für mich! Ja, ich liebe dich! Nooo... Deine Mütze! Warte! Ist schon okay! Sorry! Ja, ich... Also... Mach du das auf! Das ist immer... Das... Was ich... Ich weiß... Ich weiß... Ah... Ähm... Sonst haben wir immer die Kerle... ähm... Die Probleme! Ich find's immer... Ich find's immer ganz schön, wenn man als Kerl... Ich... 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 Hine... Ich... 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 Wenn ich mal ein BH öffne... Es dauert bei mir eine halbe Stunde... Ich... Ich... Ich mach das... Warte mal... Schau mal kurz... Ich sitze immer so davor... Scheiße! Es geht nicht mehr! Ja... Äh... Äh... Das kenn ich sonst immer nur... Äh... Äh... Die Kerle... Aber gut... Das waren die Tränen jetzt gerade nicht. Ich mach den nächsten mal drunter schon, also dann haben wir schon einen mehr. Übrigens, so wollte ich meine Frisur eigentlich haben. Also hier von der Haarfarbe. Juni, was machst du? Es hat eigentlich die ganze Zeit weh getan, aber Stanley war echt vorsichtig. Gehen wir mit dem Vorspiel? Du siehst so gut aus, so trainiert. Machst du Kampfsport? Du hast alles, was man braucht, eine Erektion. Woher weißt du das? Willst du mit mir zusammen sein? Hat er gerade gefragt, woher weißt du das? Gehen wir mit dem Vorspiel? Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Kann das sein, dass es hier gerade zum Porno ausartet? Und ich bin hier eingeladen hier. Nee, fällt mir nicht. Was ist das? Man hätte mich doch mal fragen können, hier willst du mitmachen. So, da hätte ich gesagt, ja, hm, okay, was wird denn da gedreht? Na ja, da werden 16 gedreht. Ah ja, unterschreibe ich. Aber Geld kriegst du? Ja, ist egal. Unterschreibe ich. Ja, ja, ja. Ich bin in der Zeit, ich weiß gar nicht, wie schnell ich schon meine Koffer gepackt hätte für den Dreh. Nein, Spaß natürlich. Ähm, ja, war wieder eine sehr, sehr coole Folge. Hat mir echt gefallen. Und ich bin gespannt. Es wird langsam, es knistert langsam im Karton hier, ne? Äh, vielleicht kommt irgendwann Eis.de und bringt noch ein paar Spielzeuge mit. Ähm, ich hoffe es hat euch auch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv da, die Fakuser tief in einer nächsten Aufnahme. Bis dahin haut rein und tschüss.